7 stones Oh, kein Gravel mehr Kein Karapfel mehr Kein Karapfel? Kein Karapfel mehr Kein Karapfel mehr Übrigens geben die dämlichen Kühe doch Leder Ah Achja stimmt, du brauchst ja noch Eier, oder? War das nicht so? Eier brauchen wir noch, ja Ich glaub sechs Stück haben wir Ich würd dir ja gern mit Alchemie helfen, aber leider geht nicht Funktioniert nicht Ich kann leider kein Ei herstellen Ja, passt schon Ich muss hier auf die Figur drücken Wenn das wieder funktioniert Hey jeden Generator einmal wieder bekommen Wow Solargeneratoren, die super wichtig sind Yay Wir haben 14 Leder Scheiß Spiel Ectoplasma Leather Okay Nervig Ähm Vor 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 fünf Minuten Vortex Controller Was? Was? Hä? I can't red I can red ingot Geht gar nicht Machen, okay Was? Was stand da bei Leder? Das ist der Controller Ähm Ähm Vortex Infusion Oder halt mit Keratin Oder halt mit Keratin Weiß ich nicht, alle die nix wissen Naja Naja Aber Leder kriegen wir ja recht schnell, das ist nicht das Problem Müssen halt die Kühe öfter gefüttert werden Kling echt nicht Ne So Kann man das Ding nicht auf den anderen nehmen? Ne Mit hier Nö Äh Okay Da kriegt man das aus Okay, da kriegt man das aus Hm Cookies Hm Achso, das Ding kann ich abreißen hier Pack ich da hinten mal dran Wääää Wääää Wapp wapp Auch Again Suchleiste äh Back to win Ir noch kein Clay mehr Achso doch Aha. So. Jetzt aber. Jetzt sind auch nur sechs Stück. Wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem. Obwohl, er konnte aber nicht aus Sand Göbel machen. Musst du gucken, aber ich glaube ja. Ging das nicht. Ich glaube mit das Pulverreiser. Aha. Sandstein. Hast du erst einen Knall? Das wusste ich schon immer. Eisenstone. Oh, nur gerümmelt drin. Jo, Rümmel. Wo ist denn der Reaktorraum? V.M. Da. Ist wieder voll. Stopp. Kommen wir erstmal stoppen. Wie viel Kohl haben wir denn? Kohl. Nein, nicht genug. Okay. Lol, da krieg ich mal ein Blaze. Okay. What? Okay. What the fuck says? Ding, 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 ding. Wenn man außerdem zufällig auf dem Boden auf eine Stelle guckt und mit einmal da einen Safe drin findet. Ah. Nur weil man sich umdreht. Äh. Minecraft, ciao. Oder geht das Ding nicht? Äh. Äh. Er will, glaube ich, das Ding nicht bauen von Ex in Hilo. Er hat, glaube ich, den Mod ausgeschaltet. Ja. Werde wohl gemacht haben. For lame. Wo ich anlassen kann. Äh. Das geht. Ach, warum ist das so zerdeppert? Ich weiß ja nicht, ich frage dich da selber, warum das so zerdeppert ist. Wieder ein Kopf. Hohohohoho. Nee. Ding hat keine Energie. Darum. Alom. Krabbel. Moment. Wir haben da noch Krabbel. Wir haben das doch nur zusammen verbunden. Äh. Das ist ein Buchstabe immer noch. Du, mich auch. Ich bin da. Ich bin da. So. So ist das doch fein, die ganze Sache. Nö. Doch. Nein. 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 Ich bin da. Kaktusgrün. Das muss ich jetzt noch machen, weil ich Kobold brauch. Und zack. Bach. Arbeite mal um. bra féx noch jobbelt jubbelt jcm 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 alles wird gut ne solange gällt bist glaub ich aber nicht komm schon weh oh mein gott gib mir doch einfach das zeug geht doch gib mir kobalt gib mir kobalt 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 ob es nicht ging keine ahnung so mit dir mit dem dem denn halt so wenn du nicht anders willst du bist so behindert ja ich brauche noch einen tank musst du einen bauen ja gleich dann nehme ich da noch da noch und denk denk dank dank fuck aber jetzt dankeschön das geht zucker lava flops lava flops lava flops lava flops ausschütte wir haben ein problem ist gerade lava ausgetreten zischbam 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 wir machen mal wir machen mal zambie brinds und der kobalt und was soll das noch eisen 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 musst du scheißen das glaube ich dir das glaube ich dir doch scheißen musst so wie immer ja glaube ich dir so ne stunde gleich ja und poste problem we lightning ding 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 чего ist das problem ihan zu lange kann heute weil ich auch noch etwa nicht ohne passieren dass boss die chaunt mein gott bis 22 uhr was dann das problem hast du 8 stunden schlaf weg dich ja was denn hä ist das nicht richtig Ich muss um vier aufstehen, aber egal. Ja, wow, dann hast du sechs Stunden Schlaf. Ja, und? Das reicht doch. Für einen normalen, gesunden Menschen wie dir. Für mich reicht sowas nie.